die kleine wachstelze bei der futtersuche hier im hafelland beobachtet wirkt schon wie ein kolibri ähnlich muss man sagen so schnell bewegt ihre flügel ja und die hungrigen mäuler warten bereits schon das habe ich alles beobachtet parallel sozusagen an einem ort im hafelland und die spannung ist groß wann wird sie kommen und das leckere futter vorbeibringen ja endlich ja jeder ist mal dran es ist doch nicht einfach alle Möller zu stopfen